Ihr Lieben, das habt ihr noch nie gesehen. Wir gehen jetzt einmal durch die Banyantree Villa und das ist der Wahnsinn hier. Folgt mir. Hier ist übrigens kein Fenster. Man kann hier einmal hinausgehen. Oh, ein mega XXL Bett. Und hier könnt ihr direkt vom Bett aus ins Wasser hüpfen. Und das ist noch nicht alles. Hier gibt es einmal die Badewanne. Mit Blick. Duschen könnt ihr auch. Meine Güte und der Ausblick hier. Das ist der Wahnsinn. Eine private Bucht.